Eigenmarke oder Markenprodukt? Wer wird am Ende der Sieger sein? Nicht beim Geschmack, aber bei Preis und Qualität der Zutaten? Für unsere Stichprobe vergleichen wir Nuss-Nougat-Cremes, Kokosmilch und Nusskernmischungen. Aber zuerst klären wir, was ist der Unterschied zwischen einem Markenprodukt und einer sogenannten Eigen- oder Handelsmarke, wie sie Netto, Edeka, Aldi und andere Discounter und Supermärkte auf den Markt bringen. Das Prinzip der Handelsmarken ist ja, dass sie einfach günstiger angeboten werden. Und das können die Hersteller im Prinzip oder die Anbieter machen, indem sie halt Marketingausgaben reduzieren, indem sie vielleicht auch günstigere Zutaten verwenden und manchmal sogar selber Produzenten werden. Wir starten unseren Test mit den Nuss-Nougat-Cremes. Im Vergleich Schokonusser von Lidl, Nussetti von Netto, Nuskati von Aldi Süd sowie die Gut und Günstig von Edeka. Gegen das Markenprodukt Nutella. Die Handelsmarken kosten mit 1,89 Euro für 400 Gramm alle gleich. Nutella enthält zwar 450 Gramm, ist mit 2,99 Euro trotzdem aufs Kilo gerechnet teurer. Enthält die Marke dafür auch bessere Zutaten? Im Prinzip geben sie sich nicht groß. Also der Haselnussanteil ist identisch mit der Marke. Auffällig ist, dass die Marke eigentlich nur Palmöl enthält, was ich jetzt kritisch sehe, weil halt sehr viel gesättigte Fettsäuren enthalten sind. Das ist bei den Handelsmarken so, dass sie eher mischen, dass also auch Raps- oder Sonnenblumenöl eingesetzt wird. Und der Zuckeranteil ist ziemlich identisch, sodass ich hier keine großen Unterschiede sehe. Einen Riesenpreisunterschied gibt es bei Kokosmilch. Die der Edeka-Eigenmarke kostet 77 Cent, die der Marke Exotic Food 2,59 ist also über dreimal so teuer. Wie kann ich jetzt die Qualität beurteilen? Im Prinzip gibt es zwei Indikatoren. Einmal natürlich, wie viel Kokosextrakt oder Kokosfleisch ist denn wirklich enthalten. Und da habe ich bei Rewe zum Beispiel ein Produkt, das nur 65 Prozent enthält, im Gegensatz zum Aldi, der schon bei 90 Prozent liegt. Und diese ganz extreme, teure Kokosmilch hat einen Riesencocktail an Zusatzstoffen, was ich dann selber entscheiden muss, ob ich das wirklich in meiner asiatischen Soße dann wirklich haben möchte. Auch bei den Nusskernmischungen sind die Handelsmarken gut einen Euro günstiger als die Marken Seeberger und Pharma-Snack. Außerdem? Seeberger hat sogar Erdnüsse enthalten, die eigentlich keine Edelnüsse sind. Das wissen wir alle, dass die deutlich günstiger sind als alle anderen Nüsse. und arbeitet sogar mit Aromen und Geschmacksverstärker. Fazit unserer Stichprobe? Alle Eigenmarken waren günstiger als die Markenprodukte. Auch qualitativ waren sie nicht schlechter. Hier liegt also definitiv Sparpotenzial.